Herzlichkommen Leute zu Let's Play Minecraft mit Sveste! Yo, was geht ab? Holy Tricks! Yo Leute, was gehts? Achtung, Holy Tricks! Wettchen dran gewöhnt, da steht ein zweites sage! Das ist er doch immer als Letzter! Und rappt da nix, gell! Ich will ja nix sagen, aber ich hab nur noch 7 Sekunden Speed! Egal, ja, ich hab auch nicht mehr! Ah, scheiße, ich hab noch 5! Ja, ist schon gut, okay! Und wir machen wieder, jetzt machen wir 2 gegen 2! Reptar DX Gaming mit mir! Gegen, naja, Team Verlierer da hinten! Ja, ihr Team Verlierer hat den Champion auf seiner Seite! Ach, jetzt mal ey, wir werden das jetzt machen! Der hat den W-Kill in der Endrunde gemacht! Ich will ja nicht pushen! 3, 2, 1, los! Ah, verpiss dich schon, Manfred! Geh weg! Geh weg! Oh, du klicken! Ah! Oh ja, Manfred, los! Nein, wie ist der tot? Nein! Manfred, du Hormo, wie geht das nur? Du bist doch scheiße! Ich hab mein Schwert zu langsam gezogen! Ach, kacke, Alter! Warum hast du das nicht direkt in der Hand? Sauber, Jens! Sauber! Sauber! Wir machen 5 Punkte, ne? Für jedes Team! Warum hast du das nicht direkt in der Hand, du Hormo? Ich will... Erik, wie viele Leben hab ich dir abgezogen? Äh... Fast alle, ne? Na ja... Ja, glaub schon, ja! Du hast mir 3 Herzen abgezogen! Ich weiß nicht, warum mach ich so wenig Damage? Hört mal auf, ey! Ich hab die Tag, Junge! Ich hab die richtige Tag! Kommt mal, habt ihr eure Teiltränke noch? Ja, ne? Ja! Ich werd die ganze Zeit angegriffen! Hört mal auf! Warte, ich brauch noch eins! Brauch noch eins! Also, habt ihr noch alle eure? Juts, hab ich! Ey, Manfred, jetzt zötert mit sofort, Alter! Best of Pipe, würd ich sagen! Wenn das erste 3 Punkte hat, gewinnt! Okay, mach mal! Und... 3... 2... 1... Los! Wie, das ist doch ein Witz, Alter! Boah, ich... Das wird mal extrem... Na, scheiße! Komm, ja, Manfred! Jetzt macht das mal! Kommt, ich brauch ein bisschen nicht im Nachkampf! Ja! Schlucken, du Homo! Das ist die Devise! Ja! Gut zum Manfred! Boah, wo ist denn der Eingang? Da! Erik, wie viele Leben hast du noch? Ich hab noch zwei Herzen, Alter! 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 Warte mal ganz kurz! Heiltränke braucht ihr noch, oder? Warte! Ich hab noch! Ich hab noch! Weißt du was? Ich geb euch mal direkt eine volle Leiste, Alter! An Heiltränken! Da brauch ich nicht immer auf den kreativen Modus zu wechseln! Das dauert mir einfach zu lange! Wir machen dann aber so, in jeder Runde nur einmal aktivieren! Ja, in jeder Runde einmal aktivieren! Wer zweimal macht, der ist disqualifiziert! Keine Ahnung! In jeder Leiste müssten eigentlich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passen! 7 müssten bei euch jetzt noch reinpassen in die Leiste! Wenn ihr Schwert und Bogen reingetan habt! Und Pfeile ins Inventar! Okay, Sven, komm mal her! Wie viel brauchst du noch, Jens? Äh, warte, ich hab 4, 5, 6, warte! Alter, mach! Hör doch mal auf! Wie viel? Drei Stück! Da hab ich sieben! Okay, Sven, wie viel brauchst du? Wie viele Heiltränke? Ja, jeder kriegt jetzt eine volle Leiste an Heiltränken, ja! Sieben müssten bei dir reinpassen unten in die Leiste! Oder nur einmal in der Runde da mal benutzen! Nö, ich hab Dings, ich hab die, äh... Gib mir einfach einen! Oder, ja, gib mir mal 5! Nee, einfach... Ich geb dir einfach mein 7, Alter! Wie viel hast du jetzt? Wie viel hast du jetzt? Wie viel hast du jetzt? Stopp! Reicht! Okay! Aber nur einmal benutzen! Wenn jemand sieht, dass jemand zweimal benutzt hat, ne? Der ist einfach raus! Okay? Der darf nichts mehr machen! Ich hab keinen Bock, ganze Zeit in den Creative Mode zu wechseln! Das ist voll... Scheiße, ey! Oh fuck, mein Leben, Alter! Fuck! Scheiße! Oh, das ist scheiße! Muss ich mich kurz wechseln wieder! Oh, das bringt doch gar nichts! Ich will gar nicht wissen, dass von Nico hier so ein Update, Alter! Ich will gar nicht wissen, dass von Nico hier so ein Update, Alter! Der Chef gar nichts! Haha! Wie wir halt wissen, du... Boah, geh ich immer... Oh, Alter! Wenn du allein 1 gegen 2 bist, dann kannst du gar nichts machen! Ja, das stimmt doch ruhig! Ja, das stimmt doch ruhig wieder! Wartet mal! Aber auch mal für Chefkoch, Junge! Erik hätte ich fast bekommen, Manni konnte ich ja auch noch ein bisschen von mir fernhalten, Aber das ist der letzte Pfeil von Manfred, der hat's nie gegeben! Ähm... Game Mode... Survival... So, ich muss kurz was essen hier, ja? Ja, als wir den Kuchen hinstellen und abholen... Ja! Schau was drauf! Keiner benutzt die! Von daher... Doch, ich benutze die! Ach, 2,2... Okay! Neue Runde, 1,1 steht es! Ja! Drei... Zwo... Eins... Los! Guck mal, wie der direkt ankommt, Alter! Wolle, eine! Mein fucking Schwert! Nein! Manfred! Mach keine Scheiße! Hängt mit euch! Guck mal, wie der direkt auf Dingens rausgeht, Alter! Ist das nicht der Zweiter gewesen? Nein, nein! Ich hab nicht einmal einen benutzt! Ich höre es dir! Kannste in der Aufnahme gerne sehen! Fuck, Alter! Mann! Ja, Manni! Scheiße! Okay, 2,1! Ach komm, Alter, das machen wir noch! Das machen wir noch! Alle in die Ecke! Ich muss erst hier hin! Okay! Aber warten wir schnell! Nein! 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 Warte, Jens! Schlapp mich mal weg! Schlapp mich mal kaputt! Schlapp mich mal kaputt! He! Du Schlappe! Hab ich getötet! Dankeschön! Mein Geist! Ich sehe Sven! Schlapp mich mal weg! Ich schlapp mich mal weg! Ihr habt langweite! Ihr wisst, ihr zögert das nur raus! Okay, okay! Das ist dann direkt wieder mit seiner ersten Anwaltstimme! Ihr zögert das nur raus! Ich schlapp mich mal weg! Ich schlapp mich mal weg! Ich schlapp mich mal weg! Okay, jetzt lass anfangen! Los geht's! Drei! Zwo! Eins! Los! Verpiss dich! Leu! Mein Bogen! Wie der direkt auf dem Maulbrett drauf geht! Verpiss dich! Weeeeg! Oh leu! Mein Leben! Oh fuck! Kommt jetzt direkt, Alter! Fick dich, Schlampe! Nein! Ja! 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 Boah, wir sind die geilsten, Alter! Boah! Dieser schwule Heiltrank, Alter! Ich hätte ehrlich so weggemacht! Ja! Mami! Das hat sich gleich verbessern gemacht! Boah, Tränke! Gib mir mal wieder 15 Stücke! Alter! Du hast gecheatet! Manfred benutzt du mehreren in einer Runde? Nein, nein! Ich hab eben gar keinen benutzt! Ich hab doch gesagt! Ich hab doch gesagt! Wie brauchst du noch diese? Ja, ja! Ich hab genug! Ja, 5 Stücke hatte ich eben! Das hat doch gereicht! Ja, was? Hey, wie kannst du die denn so schnell wegkriegen? Hey, ich hab noch 4 Stück! Ich hab noch... Ich hab noch... 1, 2, 3, 4, 5 hab ich noch! Ich hab noch 5! Ich hab auch... Ich hab auch noch 5! Ihr müsstet eigentlich... In eure Leiste müssten reinpassen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Heiltränke! 1, 2, 3, 4, 5... Ich hatte da 5 drin und hab jetzt 3 verbraucht hier schon in einem Kampf eben ein und hinten eben am Kampf auch! Ja... Ey, tut die Pfeile ins Inventar, ne? Nur mal so! Da habt ihr mehr Platz und ihr könnt die Heiltränke besser verstauen! Ja, ich... 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 Ich tu die nicht in die, äh... Schnellleiste, weil dann... Weil dann, äh... macht man irgendwie Mistklick und dann hat man sich geheilt! Voll... Warum? Wo tust du denn die Heiltränke hin? Ja, ins Inventar! Ja, ist ja voll... Bis auf einen, den ich im Kampf benutzen kann! Okay, mir egal! Mach was du willst! Wie viel brauchst du? Ja, Manfred, du kriegst ja einfach mal 5, ja? So wie ich jetzt gerade habe! Wie viel sind das? Aber ich bin wieder geheilt vom Kampf! Wie viel sind das? Ja, komm mal her! Komm mal her! Da kriegst du noch einen! Weil du gerade einen genutzt hast! Da kriegst du noch so einen! Ah, dass hier oben kein Gewitter kommt, Alter! Wär schon geiler! Wär schon geiler! So dramatischer! Also will ich schon sagen, Sven! Das ist doch schon ein geiler Einfall mit der Arena! Will ich noch so anmerken, Alter! Mach's mir auf jeden Fall Bock, Alter! Moment, Moment, ich muss mich kurz hochheilen! So! Ist jemand ein Battle King? Ja, es steht 2-2! Der letzte Punkt entscheidet, ne Manfred? Denkt ihr das? Ja! Okay! Drei! Zwo! Eins! Los! Direkt auf Manfred aufgehen, Alter! Ist ja auch nicht möglich, ey! Hallo! Aufhören! Nicht auf Manfred! Bitte! Aufhören! Nein! Nein! Du hast den Helm verloren! Komma, Fred! Das machen wir jetzt! Ich hab verloren! Ja! Oh, Leute! Dein Helm, Manfred! Ist kaputt! Ja! Gewonnen! Was hast du in der Nachrichten-TS nicht gelesen? Was für eine Nachrichten! Was für eine Nachrichten! Okay! Damit sind die 2er-Teams-Meister! Wir und Manfred! Also Sven ist immer noch Einzelkämpfer-Meister! Lastman-Standing-Meister! Und wir sind die Team-Meister! Und ich bin nichts, Alter! Jawoll, Alter! Bei mir läuft's irgendwie! Ja, du bist der Loser! Okay! Was machen wir hier? Ich bin mit einem anderen Partner! Ja, ich wollte jetzt vorschlagen! Ich und Sven! Sven und ich! Okay! Bin ich aber auch hier! Manni braucht da aber neue Rüstungen! Ach komm ey! Oh ja! Die schaffen das schon! Guck mal! Meine Rüstung ist auch fast kaputt! Oh ja! Meine auch! Komm mal mit nach draußen! Also aufs Dach! Mach mal draußen ein Lava-Loch! Mach mal draußen ein Lava-Loch! Ne! Komm mal mit aufs Dach schnell! Ich werf euch hier neue Rüstungen hin! Ja! Was machen wir mit der Alt-Struppe? Mach mal ein Lava-Loch! Okay! Aua! Boah! Creative! F***! Contelekt! Schmeißt eure Sachen rein! Also die kaputte Rüsti! Ich komm jetzt sofort wieder! Ich komm jetzt sofort wieder! Ja! Ähm! Warte! Das ist auch noch wichtig! E-Romantisch! Den hast du da reingekickt! Kein! Das ist sehr wichtig hier! Okay! Ähm! Warte! Was brauchen wir jetzt? Rüstung, ne? Neue! Äh! Kampf! Na die Schwerter sind noch! Oder? Okay! Oder? Ja! Sind noch okay! Ich glaub grünen Bereich! Maffry komm her! Maffry komm her! Muss auch noch meine wegwerfen! Ja! Ich brauche noch Rüsti! Ja! 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 Komm mal hier! Ne! So nicht! Alter! Wie dich ne Pilzko beobachte! Ja! Süß! Alter! Wir lassen die schwulen Creeper mal hoch! Geh mal mit! Jetzt geht mal in die Arena! Und hör auf uns drauf! Scheiße zu machen! Ich hab nichts gemacht! Der Bodenschütze schießt auf diese Typen! Ja! Jetzt geht mal in die Arena rein! Und mach mal jetzt hier nichts! Ja! Alter! Oh ne Witze! Ich muss nicht mal in die Arena rein! Bogen Schütze! Ja! Alter! Der ist so ein goldener Bogenschütze! Ja! Der explodiert aber nicht! Der Creeper hat auf den Creeper geschossen! Der hat sich ja eben hinten gebattelt! Barion hat mal weggemacht mit dem Bogen! So läuft das! So! Also jetzt Erik und ich! Regeln! Manny und Jens! Ja! FISIK! Spiel mal! Ey! Spiel! 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 Schwierig umgucken ey! Ich hab mich dran gewöhnt auf das Riesen zu gucken! Eine Sekunde! Ja! Halla aber noch könnte das liegen bleiben! Ups! Höhem! Ah! Danke! Nein Ding! Ich mach 6,50! Das war halt kein Witz Alter! Ich mach 6,50! Deine Mutter macht 6,50 Alter! Die Stunde ey! Das weiß ich! Aber trotzdem 6,50! Lass doch seine Mutter beleidigen! Jetzt gib mir 6,50 Junge! Kannst du mal mit'n Arsch lecken, Alter! Wenn du willst! Spiel gerne! Höhem! 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 Oh schwer! Die tödliche Robbe! Erik, hast du hast... Erik, hast du... Lass bei dir! Ich mach Mund auf! Aaaaah! Aaaaah! Erik! Erik! Erik, hast du erst geguckt? Achso! Ehm! Ja, okay, gut! Aber ich find das irgendwie... Naja, weißt du? Wenn ich jetzt irgendwie... Ach! Mach das jetzt einfach so! Nein, nein, nein! Ich mein jetzt irgendwie, wenn ich so im Hintergrund die ganze Zeit stehe und nichts machen kann, also ich find das irgendwie nicht so geil! Irgendwann wirf geile Eier! Eier! Mann, du musst Mund aufmachen, Alter! Das ist gesund! Ach! Loi! Oh, ich gar nicht! Okay, einen Moment! Ich hab grad Scheiß gemacht! Auf jeden Fall kürzen wir diese Folge um eine Minute! Ungefähr! Und sehen uns dann in dem Battle mit... Jens, tausch mal mit mir die Plätze! Geh mal auf die andere Seite! Ich mach den Tausch! Und wir machen jetzt das geile Battle! Ich und Sven! Gegen Manfred und Jens! Und zwar das in der nächsten Folge, Leute! Zwei Champions! Zwei Champions! Also, Leute! Wir sehen uns dann in der nächsten Folge! Haut rein! Haut rein! GAU!